ARD Text im Auftrag von Funk Ich wär gern weiß Du bist weiß, Alter Denkst du? Der Shop hat mir geholfen Hä? Na, Spaß Ich wollt grad sagen, deine Profilbilder sagen alle was anderes Sowohl an Youtube Als auch Der eine Schwarz auf dem Plan Achso, na dann Genau, so ein Negativbild Nein! Oh, war das knapp, ey Was war das, verdammt, ey? GOOOOOOT Fick doch die Henne Muss mit den Worten Aggressiv, Bruder Ja, ich bin grad wirklich aggressiv Chilimilicole, Chilimilicole Ja, okay, gut, ganz deine Meinung Oh, GOOOOOOT Oh Ich sollte vielleicht mal meine Maus ein bisschen auf ebenem Untergrund bewegen Ich bin grad am Dauerstermi, muss ich sagen Ich bin grad am Dauerstermi, muss ich sagen Ja, ich genauso, Alter Schon peinlich jetzt vor Youtube Das ist richtig peinlich Das ist Lampenfieber, wenn alle jetzt zugucken Die erste Map Und seit einem halben Monat wieder am Minecraft Ja Gott, schon wieder, kurz vorm Absprung, ey Kann, wieso kann ich nicht sprinten? Also eben ging's auch die ganze Zeit Boah, ey Vor allem, ich hab jetzt 50 Jumps oder so Das heißt, da kommen noch 450 Äh 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 Puh Gott, vergessen zu springen, ey Wasch hier los, ey, wasch hier los Jetzt frag ich mich auch grad, ob ich so was los ist Boah Boah Was? Puh Also irgendwie war's glaub ich ein Fehler Eine Jump Map zum Anfang zu spielen Vor allem, weil ich heute in den Ferien Ich wiederhole, in den Ferien Um halb 10 von meiner Mutter geweckt wurde So Oh ja Alter, ich schlafe normalerweise bis 15 Uhr in den Ferien oder so Ja, ich so, sag immer 12, äh, 11 bis 13 Uhr oder so nicht, ey Tja Aber wenn Schule anfängt, dann geht es nicht mehr, oooh Ich will nicht in die Schule Gibt's schon, wir halten jedenfalls Was? Ja, das geht schon, wir halten jedenfalls Nein, ich war auf dem Block drauf, ich war auf dem Block drauf Oder bin ich zu weit gelaufen? Oh, richtig nubig, ey, richtig, richtig nubig Kennen wir dich ja Du kennst mich erst seit 4 Stunden oder so He Okay Jaaaa Okay Es geht doch Was? Was ist das hier? Boah, ich konnte schon wieder nicht sprinten, nee Was? Was ist das hier? Boah, ich konnte schon wieder nicht sprinten, nee Vor allem Stein, das ist echt noch easy Ende bei Erde und Schaft dann Poi Hier ging es weiter Welche Maps gibt's noch eigentlich, so die mal zocken können, mal demnächst So ein bisschen Let's Play-mäßig Bitte? Welche Maps wäre noch sinnvoll zum Teil Achso, ähm Also Adventure Map, technisch hätte ich vielleicht gedacht, so was wie Lux Perpetur Oder dass wir uns mal in Hangar Games mal ein bisschen zusammenschließen, so was vielleicht Weil Hangar Games sind einfach an sich sehr beliebt Und macht auch echt Spaß Und Damit präsentieren wir den Tempel von Notch Ja, ich glaub das ist jetzt nicht so die Neuheit Wir könnten höchstens mal nachbauen Ich weiß nicht, kennst du dich mit Redstone aus? Jo Wunderbar Ja, wir können mal irgendwie so ein episches Redstone Äh, Redstone Building machen Wäre auch mal ne Idee Jo Ja Ja So viel zu tun Und auch ganz andere Games, abgesehen von Minecraft Also Fehlen wir zum Kanal Am Ausstrahlstoff Nicht Da werden jeden Tag ein, zwei Videos hochkommen, denk ich Bei mir kommt nie am Tag eins in meiner Haus Sondern ungefähr dreimal Soll ich sagen, kommt bei mir noch hoch Ist eine Menge Ja, es gibt ja auch noch Games, die man zacken könnte die Breaks Ohja, ich freu mich auf Assassin's Creed 3 Assassin's Creed Da gibt's ja noch Call of the Battlefield, Diablo 3 könnte man ja mal probieren Joah, Diablo 3 habe ich allerdings nicht und ich kenne auch niemanden, der es hat Ok, doch, ich kenne nur einen, aber Der Gibt lieber seine Mutter als das Ding her Jaaa Dann gibt's ja noch Oh nein Oh nein Oh, ok Joah, das könnte ich mir vielleicht holen dann Mal gucken, ob ich das irgendwo preisweit bei Ebay abstorben kann Hehehe Und dann noch Skyrim Ohja Fallout Genau Crysis Ohja, das kommt Crysis 3 ja eigentlich bald, kann das sein? Zu viel Kann schon sein Ich glaube ja nämlich, also Ich muss sagen, Crysis gefällt mir ehrlich gesagt nicht so Ich will jetzt auf der Games Wars Okay Was auf Gamescom? Nee Das ist mir einfach ein bisschen zu nerdig Hehehe Zu zockermäßig einfach Ich sag mal so ab und zu zocken ist okay Und jetzt in den Ferien ein bisschen exzessiv Aber sonst eigentlich ein bisschen mehr so real life Hehehe Das ist Spiel live Real life Hehehe Wenn man Let's Play macht, ist Play real life Genau Let's Play real life Spielen wir auf dem i live Hehehe Das meiste Apple-Produkt Genau Hehehe Hehehe Genau, hat er auch gesehen Hehehe Die i live Hehehe Hehehe Das ist doch gar nicht so schwer Das ist doch gar nicht so schwer Das ist eigentlich echt easy going hier Ich will morgen Abend mal mit einer anderen Adventure Map Machen kleines Let's Play machen So So Ja Verlangen Verzweifeln Ich will gar nicht, im Gegenteil Bei mir läuft's grad ziemlich Äh Ich will nicht, wollte ich grad sagen, aber Ich hätte hier Minim-Map-Motorose Ich hab letztes Jahr mit Replay Dings gespielt Hier, Assassin's Creed, die Adventure Map Ah, da muss ich sagen, ist nie so meins Die hab ich doch gar nicht gespielt Okay So, ich will dir nie so was wahre vom Eing-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map-Map Gibt eh ne, die ist eigentlich ganz früher nachgemacht Da kann's bei den ganzen Häusern Da sind mal so eine einzelne Leiter Da kann's mal ein Leiter zu machen und so was Ja, das kommt ja auch noch Ich hab ja schon mal gezockt, die Map Da war ich ein bisschen besser als jetzt Das geht aber Was wurde denn der Part eigentlich? 5 Minuten, oder? Äh, 10 Minuten mach ich immer Aha, 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 aha Schon wieder